Als kleines Kind verbrachte ich den Sommer bei meiner Großmutter. Sie lebte auf dem Land und hatte ein zweistöckiges altes Haus, das in den 50er Jahren gebaut wurde. Die Sommer bei meinen Großeltern waren die besten. In der Nähe gab es keine anderen Kinder, aber ich konnte mich ziemlich gut alleine beschäftigen und verbrachte den Großteil des Tages im Garten. In dem Haus von meiner Großmutter gab es einige Regeln. Zum Beispiel durfte ich nicht mit Schuhen im Haus herumrennen, musste um 8 Uhr den Fernseher ausschalten und um 9 im Bett sein. Letzteres war schlimm, vor allem wenn ich Ferien hatte. Außerdem musste ich immer vor dem Schlafen gehen die Fenster und Türen schließen, obwohl wir meilenweit von der Gesellschaft entfernt lebten. Bevor ich mich schlafen legen würde, sollte ich zweimal überprüfen, ob die Tür richtig geschlossen war. Obwohl einige Dinge seltsam waren, war meine Großmutter eine sehr beliebte Frau. Sie war geschmeidig und hatte lange, graue Haare, das aussah, als würde es das Mondlicht reflektieren. Als mein Opa noch am Leben war, nannte er sie einen Silberfuchs. Auch wenn mein Opa des Öfteren Witze machte, war er ein kluger Mensch. Der Tod von meinem Opa machte meine Oma traurig und distanziert, aber ich stellte nie ihre Liebe zu mir in Frage. Zu Lebzeiten verbrachte mein Opa viel Zeit im Westen, also war er nur selten zu Hause, aber es war in Ordnung. Ich konnte mir gut vorstellen, dass meine Oma sich ziemlich einsam gefühlt haben musste. Doch nun zu dem unangenehmen Teil der Geschichte. Auch wenn die Zeit bei meiner Großmutter schön war, wurde sie immer düsterer, denn meine Oma lebte unter dem Haus. Ich sah sie niemals ins Bett gehen. Es gab einige Male, dass sie mich vom Fenster aus besuchte, während sie in ihrem Gartenbett stand und mir hinter dem Glas Dinge zuflüsterte. Das Gesicht meiner Großmutter war gegen die Fensterscheibe gedrückt, während sie mit all ihren Zähnen lächelte. Es war seltsam, aber ich hatte es nie in Frage gestellt. Warum auch? Ich war nur ein Kind mit einer albernen Oma und daran war nichts verkehrt. Ich konnte mich noch gut daran erinnern, dass sie mich in einer Nacht darum bat, ihr die Tür zu öffnen, weil es draußen kühl war. Das Seltsame an dem Ganzen war, dass ich ihr Schlüsselbein am Fenster sehen konnte und bemerkte, dass sie keine Kleidung trug. Als sie mich darum bat, sie hineinzulassen, lachte ich nur. Ich sagte ihr, dass es albern war, weil sie einen Schlüssel hatte und jederzeit hineinkommen konnte. Danach antwortete sie mir nicht. Sie stand einfach nur regungslos da und lächelte. Nur wenn ich mich wegdrehte, flüsterte sie mir Dinge zu. Ich konnte es nicht wirklich verstehen und lauschte ihrem Geflüster so lange, bis ich einschlief. Es wurde zu einer Routine und ich hörte jeden Abend zu, bis ich eingeschlafen war. Am nächsten Morgen war sie in der Küche, machte Frühstück und verhielt sich vollkommen normal. Wann immer ich meine Oma darauf ansprach, nannte sie mich albern und sagte, dass ich eine lebhafte Vorstellungskraft hätte. Es war wie ein Spiel zwischen uns. Alle paar Nächte kam meine Großmutter zum Fenster und sagte, ich solle sie hineinlassen. Manchmal sagte sie mir, dass ich ein braves Kind sei, manchmal auch, dass ich böse wäre. Es passierte nur ein einziges Mal, dass ich das Lächeln aus ihrem Gesicht gleiten sah. Sie hatte mich jeden Abend belästigt, seit sie dieses Spiel zwischen uns begonnen hatte. Eines Tages bat ich sie darum, einfach wegzugehen und mich schlafen zu lassen, da ich zu müde zum Spielen war und nicht mehr wollte. Erst als ich genervt war und sie anschrie, ließ sie mich für ein paar Tage in Ruhe. Als ich ihr sagte, dass sie mich in Ruhe lassen und schlafen gehen sollte, hatte sich ihr Gesichtsausdruck verändert. Durch den Blick in ihren Augen fühlte ich mich unwohl. Ich wusste nicht mehr, wie es mir gelungen ist, einzuschlafen, aber ich erinnerte mich, dass ich aufwachte, weil ich den Geruch von Speck in der Pfanne riechen und meine Großmutter beim Summen eines Liedes hören konnte. In einer Nacht beschloss ich, die Tür mit Absicht offen zu lassen. Ich wartete, bis meine Oma ins Bett ging, um dann über den kalten Boden zu kriechen, die Riegel von der Haustür zu lösen und dann unter der Decke zu warten, bis meine Großmutter das Spiel endlich aufgeben würde. Doch in dieser Nacht kam sie nicht ans Fenster. Sie kam durch meine Schlafzimmertür. Ich konnte hören, wie sie auf allen Vieren kroch. Doch ich hörte sie über den Boden schlurfen. Sie schlich unter meinem Bett und fing an zu flüstern. Ich hielt mein Ohr gegen das Bett gedrückt und hatte die Decke über den Kopf gezogen. Sie flüsterte mir zu, dass sie hungrig war und mich riechen konnte. Als ich mich hin und her bewegte, weil ich dieses Spiel nicht mehr spielen wollte, sagte sie mir, dass sie meine verdammte Leber riechen konnte und in mein Inneres kriechen würde. Sie nannte mich dabei einen Sack Scheiße. Ich blockte eine Menge davon ab, rollte mich in meine Decken und stellte sicher, dass keine Körperpartie herausragte, bevor ich einschlief. Als ich meine Augen einen Spalt öffnete und einen Blick nach draußen erhaschen wollte, sah ich die Augen meiner Großmutter, die mich von der Unterseite des Bettes beobachteten. Ich war wie erstarrt und gelähmt vor Angst. Irgendwann schlief ich ein und schaffte es, aufzuwachen, ohne dass meine Oma unter dem Bett war. Als sie die entriegelte Tür bemerkte, sagte sie kein Wort. Es brach ihr das Herz, als ich sie darum bat, nach Hause zu gehen. In der letzten Nacht überprüfte ich zweimal, ob die Tür verschlossen war. Seit diesem Tag war ich kein einziges Mal in diesem Haus. Meine Oma besuchte mich einige Male in unserem Haus, aber sie verhielt sich normal und es gab auch nichts Außergewöhnliches. Die nächtlichen Besuche waren vorbei und ein paar Jahre später wurde mein Großvater mit Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Meine Oma und mein Opa waren zwei der verliebtesten Menschen, die man hätte treffen können, ohne übertrieben auffällig zu sein. Die hinterhältigen Küsse meines Großvaters hinter dem Rücken der Enkel und das Lächeln auf dem Gesicht meiner Großmutter, als er sie nach Kaffee fragte, waren der Beweis dafür. Ich konnte den Schmerz in ihrem Gesicht sehen, wenn sie darüber sprach, wie er ihren Namen an diesem Tag wieder vergessen hatte oder sich nicht an den Namen seiner Kinder erinnern konnte. Ich beobachtete, wie meine Großmutter die Krankheit meines Großvaters durchlitt, bis er von uns ging. Einige Jahre später wurde meine Oma krank und starb nach wenigen Wochen. Vor ihrem Tod war sie zu den kranken Schwestern unfreundlich und verhielt sich unmenschlich. Es war schwer, in das Haus meiner Oma zurückzukehren. Als meine Mutter und ich das Haus säuberten, erzählte sie mir viele Dinge, die mir als Kind nicht gesagt wurden, zum Beispiel, dass mein Großvater ein Kriegsveteran gewesen sei. Meine Großeltern lebten im Armut und mein Opa konnte sich kein Verlobungsring leisten, also baute er ihr stattdessen ein Haus mit seinen eigenen Händen. Ich hatte die Dinge, die ich bei Oma erlebte, meiner Mutter gegenüber nicht erwähnt, denn ich hatte das Gefühl, dass sie mir sowieso kein Wort glauben und es auf meine Vorstellungskraft schieben würde. Wir gingen zusammen die Bilder durch und erinnerten uns an die Person, die wir so sehr liebten. In dem Moment, als meine Mutter zu jedem Foto ein paar Worte verlor, überkam ich das Gefühl, dass wir nicht alleine waren. Vermutlich waren es nur die unangenehmen Erinnerungen an die seltsamen Nächte. Ich half meiner Mutter, die Kisten in den Kofferraum zu packen. Das Haus war nun leer und es verwandelte sich zu einer Hütte mitten im Nirgendwo. Als wir mit dem Packen fertig waren, sprang ich auf den Beifahrersitz und schaute zurück, um dem Ort, an dem ich viel Zeit mit meiner liebsten Oma verbracht hatte, Liebewohl zu sagen. Doch eine Sache war seltsam. Wenn meine Oma doch verstorben war, warum sah ich sie dann mit einem Lächeln im Gesicht und viel zu vielen Zähnen unter der Treppe, wie sie mich beobachtete? Aber das ist es weiss. Dann wäre das ich, wie sie mit der Lächeln des Zähnen überraschend kann. Eine Sache war während derétendste Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020